Damit hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Das ist der Besen, der die Edmond Eulers aus dem Conference-Finale rausgewischt hat, rausgefickt hat. Damit Colorado das erste Team, was im Stanley Cup-Finale ist. Wir warten noch auf den Gegner zwischen den Rangers und Tampa Bay. Das Ganze steht auch ein bisschen ein Zeichen, was die neuen Karten angeht, von denen, die wir auch heute rauskamen. Dazu haben wir einen neuen Hoodrush und ein paar andere Karten noch. Schauen wir uns alles an. Los geht's! Fangen wir an mit den Style-Ikens-Karten an. Vermacht der 93er Logan Morrison von den Hamilton Bulldogs. Er ist ein Center, wobei ich ihn schon fast auf dem linken Flügel einsetzen würde. 1,83 groß, 81 Kilo mit Zonemöbel oder Bombardier. Dazu noch Funke. In die Urgewalt und auf die Knöchel. Also für 91er am Face-Off. Klar kann man auch pushen auf 93er. Aber wenn man schon 6er-Besteuerung und 95 Tempo hat, dazu einen Schuss, der von der Kraft her perfekt ist, würde ich ihn fast am Flügel einsetzen. Also auch gerade für einen Neuansteiger, wenn er noch eine höhere Karte als eine 91er oder sowas braucht, dann ist der hier definitiv eine Empfehlung. Aber ich würde ihn eher am Flügel einsetzen. Das Gleiche gilt auch für ihn, wobei der definitiv nur am Flügel einsetzbar ist. Der 94er-FG. Was das noch ein bisschen besser macht. Also ich würde ihn aber am Flügel einsetzen. Dafür brauchbar, aber Center keine Chance. Dann haben wir von den Carragie Flames Alumni, den 94er Jay Bomeister. Da gab es schon eine 92er Meisterheldenkarte. Klar, die meisten, die sich von der schon verabschiedet haben, wer die noch oder wer damit zufrieden war. Hat jetzt hier mehr oder weniger den Nachfolger. Er ist ein rechter Verteidiger. Ganz 93 groß, 93 Kilo mit Schlenzer oder Funke. Dazu Protektor, Grapsch und Schläger hoch. Ja, 92 Besteuerung, 200 Tempo ist halt schon, ja, jetzt wirklich das Minimum. Was ich geben würde, der Schuss von der Kraft her ist okay. Aber genau, ich kann auch unter 90. Hände auch im Schnitt bei 90. Defensiv brauchbar, klar kein Ding. Aber ja, da gibt es schon deutlich bessere. Aber wer Fan von ihm ist oder auch die andere Karte gemocht hat, der ist mit dem hier gut aufgehoben. Und dann hat es lange gedauert, bis der Liebling von den Machern dieses Spiels oder eine Karte bekommen hat, der 95er Henrik Thömenes von Servet Genf. Rechter Verteidiger, 85 groß, 84 Kilo mit Bombardier oder Buzzing. Dazu noch Schlenzer, Puck am Faden und Kreisel. Ja, für einen Verteidiger ist es auch nicht wirklich brauchbar. Wir haben 93 Besteuerung, 94 Tempo. Kann man dann, würde ich ehrlich sagen, sogar fast mit Bombardiert gehen, damit wir den Schuss von der Kraft her noch ein bisschen höher kriegen, beziehungsweise perfekt kriegen und auch die Genauigkeit hoch geht. Ja, mit Schlenzer geht halt die Handgelenkschusspräzision noch hoch und die Stickcheckung zwei hoch. Das ist auch so das Einzige. Ansonsten Hände sind okay, Checking ist okay. Aber jetzt auch nichts herausragendes, aber zumindest ist damit seine Team-O-The-Season auch auf 95. Dann noch von den Toronto Maple Leafs, 95er John Tavares. Ein Center, 1,85 groß, 96 Kilo mit Deep oder Zonenwirbler. Dazu noch Funke, Panzer und Nahkampf. Also ich sage ja immer, Center müssen nicht die schnellsten, sondern bei 89 Beschleunigung kann man dann zwar noch auf 91 pushen, Tempo ist bei 90, gehen dann auf 92 hoch, Face-Off ist dann auch bei 99, Schuss im hohen 90-Bereich, Hände im hohen 90-Bereich. Ist schon echt niedrig für eine 95-Karte, die dann mit Synergien nur auf 91 Beschleunigung und 92 Tempo kommt. Klar, brauchbare Karte, aber wenn er jetzt 2,16 Meter groß wäre als Center, wäre es so vertretbar. Aber sonst, wie der Fortschritt mittlerweile ist, einfach zu wenig, was das Skating angeht. Dann haben wir den 99er Alexander Barkov. Irgendwie den an den Huberdorben sind voll vergessen, aber die Team of the Season oder noch mal gerade rauszubringen, dass die auf 99 geht. Jetzt ist zumindest Barkov 99, ein Center, 1,91 groß, 97 Kilo mit Arbeitsstil oder Buzzing. Dazu noch Magier, Urgewalt und Trickreich. Warum? Fast den 99er hat er durch und durch. Einzige beim Skaten kommen wir entweder auf 98 Beschleunigung oder auf 97 Tempo. Wir haben jetzt gerade im Vergleich zum Tavares, natürlich tausend mal lieber und auch damit seine Team of the Season und auch seine eventuelle X-Faktor-Karte noch upgradbar beziehungsweise gestiegen auf 99. Dann sein Overtime-Binner heute Nacht hat mich geweckt und die Eulers gleichzeitig in den Urlaub geschickt, in den Golfurlaub. Der 92 Gratulio Lechkollern von der Colorado Avalanche. Rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 81 Kilo mit Verteiler oder Knipser. Dazu noch Flügelmann. Mega Ablenkung. Gut, es passt ja an sich ganz gut, weil war es hoher Stock oder nicht? Bin mir bis jetzt noch nicht sicher. Wir haben 92 Beschleunigung, 91 Tempo, kann man auch pushen auf 93 und 94. Schuss von der Kraft hier bei 96, genau, ich glaube, bei 93. Hände auch im mittleren 90er-Bereich. Bodychecken fehlt es ein bisschen. Wir haben ja noch was lieber gewesen, weil doch nur 1,80 ist, wo noch irgendwie das Bodychecken drauf geht. Also nicht. Eine Karte, die da ist. Schön, dass eine bekommen hat. Noch schön, dass es das Talkmod hat, aber keinen, den ich jetzt unbedingt haben müsste. Dann haben wir noch vier neue Primed-Time-Karten bekommen. Zwei davon sind Connor McDavid und Leon Dreisel, 99er, die eh schon da waren. Genauso wie Kay McCard, der schon auf 99 war. Wenn er nicht auf 99 ist, ist es der 96er Gabriel Landeskog, ebenfalls von der Avalanche. Ein rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 98 Kilo, mit Protektor der Arbeitszieher, Gladiator, kein Wettkampf und Torermonster. Halt auch nur 89, äh, nur 90, Besteuerung, 90 Tempo. Kann man dann entweder auf 92 oder sonst gibt es keine Skating-Synergie mehr. Schuss im hohen 90er-Bereich, Hände im hohen 90er-Bereich. Auch kein, kein, ja, kein Deep dabei, dass man das Face-Up noch ein bisschen pushen könnte bei 92. Also alle sind alle eine unbrauchbare Karte. Äh, auch damit seine X-Faktor noch lange mal wieder upgradebar. Auf 96, aber ist auch so, jemand, selbst ich als Fan, ich würde, möchte die Karte nicht haben. Die ist wirklich erst mal, erst dann richtig brauchbar, wenn der auf 99 geht. Kann dann ein paar Tage noch dauern. Damit die beiden Standy Cup, Playoff-Runde, drei Karten der Avalanche auch gestiegen, auf 97, was das Maximale ist. JT Kompfer, linker Flügelspieler, 1,83 groß, 86 Kilo mit Magier oder Flügelmann, dazu noch Verteiler, Schnapp, Schnapp und Urgewalt. Auch hier 91 Beschleunigung, 91 Tempo von Haus aus, kann man zwar noch 93 pushen, ist aber doch trotzdem allen recht wenig. Schuss im hohen 90er-Bereich, Hände im hohen 90er-Bereich, defensiv brauchbar. Aber, selbst, hätte der jetzt 93 von Haus aus und würde er mit Synergien auf 95 gehen, wäre es noch verständlich, aber so fast schon zu wenig. Sein Teamkollege ist der 97er Jack Johnson, rechter Verteidiger, 1,85 groß, 103 Kilo, mit Protektor oder Knipser, dazu noch Arbeitstier, Wildheit und Shutdown. Können wir hier beides anmachen, da hat man echt eine, nicht ganz große, aber doch zumindest schwere Checking-Maschine. Wir haben 92 Beschleunigung, 92 Tempo, der Rest vom Skaten bei 99, kann man auch 94 pushen. Schuss von der Kraft her bei 99, Genauigkeit kann man auch noch ein bisschen pushen. Ende im 90er-Bereich, der Checking-Werte sind perfekt, Verteidigungswerte perfekt, also, wenn wir in dem Fall auch fast lieber wie JT Kompfer. Und dann haben wir noch einen neuen Hoodrush, der erste Modus ist 3 gegen 3 mit John Leclerc, der ist vorgegeben, danach draftet hier wahllos irgendwelche Primetime, Team of the Week oder Hockey-Roots, Karten. Ihr Ganze müsst hier zwei Drittel spielen, mit jeweils einer Minute vorlaufenden Overtime. Und ihr müsst hier fünf Stick-Checks machen, zehn Wrist-Shots machen, 20 Windmill-Deaks machen, oi, bis das wird erzählt, 30 Pässe spielen, 40 Checks machen, dann gibt es hier 250.000 Punkte, plus die Punkte, die ihr noch im Spiel macht. Der zweite Modus ist 5 gegen 5 mit euren eigenen Spielern, das Ganze geht über zwei Drittel, mit jeweils zwei Minuten. Ihr müsst hier einen Schuss blocken, fünf Spiele gewinnen, zehn Tore mit einem Deak erzielen, 20 Schlagschüsse machen, und 30 Bullies gewinnen, gibt es hier auch 250.000 Punkte, plus die Punkte, die ihr noch im Spiel macht. Von den Belohnungen ist irgendwas Besonderes dabei diesmal. Die üblichen Münzen-Packs, ein Meilenstein-Collectable-Packs, ein Stanley Cup-Playoff-Collectable, und wer es bis ganz in der Schacht bekommt, noch ein Power-Up-Collectable. Ja, damit sind wir auch am Ende vom heutigen Video angekommen. Vielen Dank für das Einschalten, immer daran einen Kanal liken, abonnieren, schaut bei Twitch, Twitter, Instagram und meinem Discord-Channel vorbei. Die ganzen Links dazu findet ihr in der Beschreibung oder im Kanal, und dann sehen wir uns die Tage wieder immer dran denken, sauber bleiben, denn nur so schaut's aus. Bis zum nächsten Mal.